Ja. Bitte, ich bin der erste Rapper mit in Hand und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Neckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwanzblasende Balladen. Stoffticken ist die Basis für Rap-Singles. Du kommst mit Punchlines, ich ausmaß dich mit Stecklinge. Plastiktüte mit Tanzblatt und Zipferschluss. Irgendwie macht man durch Straftaten immer Schluss. Wen juckt deine Meinung, Hure, beschwerst dich wegen Style und Coolness rein Strukturen hab. Zerknüllte Batsi statt goldener Mastercard, bums deine Mami, weil heute ist Vatertag. Fress mich voll mit Aioli und Papas Schalen, färts mit Rugga Parton, ganze Grasplantagen. Ich hau auf deine New Era Cappy und du sagst, ich find dein Fuß lecker, Daddy. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn, Rapper 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt, ihr Strichwort in den Chucks mit Lipgloss für den Glanz. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Dannen Buschnut, kochende Crackbetriebe, goldene Kette, Liebe, polnische Felgen, Liebe, V12. Maschinen auf Backsteine gepackt, stehst geschockt morgens auf mit Kackstreifen im Arsch, nur Timsohn. Wo sind deine Tiefbetschlappen? Weed Packs handeln aus Eastpack Taschen, Postfach immer voll. Viele Brief um Pflege, du brauchst schon für Fimma Gras Finanzierungspläne. Dumme Huren wollen seelischen Beistand, schon nach Partakten putzen die die Zähne mit meinen Schwanz, Bomben, all wir die da. Erdbeerknollen dessen Wirkung, die locker den Nerv zertrommen um. Zwei Uhr nachts hörst du Haftschadenschreie, wo du schon am Träumen bist von Manga gezeichnet, Doch Pokémon ist im Vergleich zu Deutschrap ein Gangsterfilm, in dem man perlweißes Volk schränkt. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fester als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Pakt gestrich, fort in den Trucks mit Lip-Ross für den Glanz. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Einen, 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 Einen Untertitelung des ZDF, 2020